Ja mit dem Verbandskasten in die Hand nimm du Pugel, nicht dich hauen! Hau dir wieder rein! Kann doch mir da wenigstens Energie geben, wenn er dich niedergehauen hat. Okay, jetzt hab ich ganz wenig Energie erst. Hier ist Molli! Molli! Molli? Wo? Hier. Ich seh dich nicht. Och, geh doch mal nach meiner Silhouette! Ich bin im Container drin. Ich hör schon wieder so'n Kötzvieh! Ja, ich auch. Boah, da... Alter, das klingt so abartig, das Vieh! Weil da ist nichts! Da ist nichts! Der ist draußen! Ich hör ihn doch! Hier, der wird immer lauter! Hunter! Ach, da war er! Also, im wahrsten Sinne des Wortes war er da. Da hat sich den Luft aufgelöst, sozusagen. Ja, ja... Da war da auf einen, auf einmal viele! Lade nach! Huh! So, wo längs? Wie? Warum geh ich eigentlich vor? Oh nein! Ich renn weg! Ich hab keine Energie mehr! Wißt du doch? Wißt du das noch? Al! Hehehe! Odin! Ja! Komm ran, alter! Ich hab ja voll mit dem Molotow-Wendel! Oh, da wichst dich da drin in dem Sche... Wo du hinziehst! Wer hat jetzt noch unser Odin? Kommt! Okay, hättest du deine eigene wichsen können! Kommt an und schießt mich ab! Er hat sich bewegt! Nein, 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 nein! Ah, kotzt dich! Alter! Das sah jetzt echt aus, als würde deine Silhouette wichsen! Also, als würdest du halt wieder wichsen! Bleib mal da draußen! Ach, dir geht's nicht gut! Ich hab bloß noch einen Plus! Ja, deswegen hab ich gesagt, bleib lieber da! Äh, die kommen aber alle... Ah! 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 Fang! Hier ist ne Rohrbombe! So, Onkel, jetzt! Ich bin da! Ich bin da! Wir machen ja grad die Zombies tot! Oh! Oh! Genial! Oh! Was? Danke! Heiliger... Heiliger Odin! Wo ist ne Rohrbombe? Wo? Äh, in meiner Tasche! Ich bin da oben! Ich bin da oben! Ich bin da oben! Kappen! Jetzt! Dein Maschinewehr hat... Mal nachladen, ihr Vollidioten! Dein Maschinewehr hat keine Munition! Ja! Wenn du keine Muni einsammelst! Oh! Oh! Oh, Suppe! Hier gibt's Waffen! Ja, ich nehm jetzt mal hier mal ne andere Waffe, ey! Was, sieht's denn hier so drin? Äh... Drsd! Als. Oh! Entschuldigung! Ach! Das gibt's doch nicht, ey! Ist wie gestern! Bei DZ! Was ist das? Die rennen ja alle immer in Schissfeld. War das gestern? Oh, besser. Oh, den hat er falsch. Boah, dieser letzten Moment noch. Was ist denn der? Da! Wir kommen aus der Ecke, die Dreck-Sau. Dreh dich nicht zu dem, der schießt! Dreh dich zu den Zombies! Ja, da hab ich ihn! Rund doch hier! F***, 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 F***! F***, 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 F***! F***, 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 F***! Ich hab die Überschirme erschossen! Die stand da so rum, damit die Regen fressen. Ist doch nicht! Wo bist du denn? Alle Zombie hier! In die unten? Also hier oben? Nee, das scheiße wie meine. Komm her, du scheiß Vieh! Diesmal krieg ich dich! Ha! Hab dich, du Sau! Oh! 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 Ach, wo kommt ihr denn jetzt auf einmal wieder her? Vorsicht, da macht's Bumm! Nein! Hörger! Ja, logisch, weil ich angepuckt wurde! Vorsicht! Weg da! Ja, schmeißt du genau auf mich eine Rohrbord, wenn man bist du... Hättest du aber... Hättest du aber A gemacht! Ja! Hättest du aber A gemacht! Ja genau auf mich, Alter! Hättest du jetzt auch gemacht! Die Zombies wollen ja bei dir. Wieso? Ich hab die da alle... ...so mehr oder weniger unter Kontrolle gehabt. So, hier geht's los. Du hast geschrien wie ein Baby. Ich hab die alle unter Kontrolle gehabt. Die aber alle irgendwie, ne? Warte, komm, wir warten nicht den Truck hoch. Wollen wir springen? Ach nein, jetzt kommt der Scheiß wieder hier. Hier haben wir den mit dem Generator. So, Generator starten und dann darin, würde ich sagen. Warum geht das nicht zu starten? Ja, weil alle bereit sein müssen. Achste? Hallo, Sprachschiff. Weg hier. Hier rein willst du? Oh, hier ist Munition. Der ist irgendwo anders. Hier ist Medipack, Medipack. Was? Ja. Das ist doch das beste Weg, würde ich sagen. Ach. Komm her, Zoe. Ah, hier oben ist das Maschinengewehr. Hier oben ist das Maschinengewehr. Das ist krank. Wenn ihr da mal rankommt jetzt. Gleich hier oben ist das Maschinengewehr. Wow. Oh, mich hat der Scheiß da erhöht hier. Oh, Scheiße. Drecksviecher, Drecksviecher. Drecksviecher, ihr alten Scheiß Drecksviecher. Ich bin tot. Da waren die nur Medipacks, aber ihr seid zu schnell vorgerannt. Hier einer. Ich bin tot. Nein, nein, keiner. Nicht du. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. 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 Da waren genug Medipacks, aber ihr seid ja gleich vorgerannt. Ach, kotzt doch die Wand an, Alter. Ich bin tot. Dann lockt mir erst mal ein. Ja. Können wir das Medipack schon mal nehmen? Oooo. Das wird denn das erst... Suchen wir doch noch ein Depot. Äh. Der Generator? Kann ich die Schwierigkeitsgrad jetzt noch ändern? jetzt guck doch mal unter einstellung f1 ja du auch okay zu liebfrieden wie peinlich ist das denn jetzt ja ich mache mir erst mal wort wo ist mehr weg tot hier ist medipack 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 ja ich kann es ja nicht mitnehmen ja nimm mal mit hier sind pillen hier sind pillen hier sind pillen ja danke so ich hier so weit weg war es nur so über da hinten sind ganz viele da gibt ja immer noch wir sind mal hier 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 da ist wieder so viel verdammt das tat weh moni wir gehören rülp doch oh ja du kamst doch immer vor euch gerannt wieder schocken hast mich ja nicht getroffen ja wo denn nö 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 Das ist wie so ein Schreihals hier. So, ich brauche Hilfe. So, ich brauche Hilfe. So, ich brauche Hilfe. Hier liegt ein Molli, hier liegt ein Molli. Kann heilen, aber mehr auch nicht. Und in den Hubschrauber flüchten. Die hat das letzte Mal den Arsch gerettet. Ja, die ist in den Hubschrauber reingepflichtet. So, der Raum ist sicher. Sicher? Ja, da ist genau. Jetzt nicht mehr. Der kam erst. Mit dir rin. Oh, hi. Ich geh weg. Mama, Mama, ich will nicht. Ich will nicht. Helft mir doch, helft mir doch. Ah, ah. Nein, da ist nix. Gar nix ist da. Mensch! Geh weg! Geh weg! Ah, 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 ah. Oh, der hat ein Auto auf mich geschossen. Oh, ich hab den. Wo denn? Ja, ich hab den fetten. Alter. Oh, da. Onkel hat Crazy Freak. Ich lieg hier rum und beschützt dich noch. Stand der grad da. Ah, danke. Ich, ich schmeiß den Molotow und geht der runter. Ich muss dich selber heilen. Ich hab nichts zum heilen. Ich muss mich verarzten. Ähm, Onkel? Ja? Achso, achso, du hast ja selber. So, jo. Also hier hinten ist frei. Ich hab ja schon, ich hab hier schon den fetten und die Zombies alle immer. Okay. Boah. So, jetzt kommt mal mit mir mit. Bin ich auch ordentlich voll. Hier ist nämlich Munition. Heißt, dass du hier nicht wirklich rennen kannst, ne? Du rennst doch, du tust doch Dauerrennen. Hier hinten ist Sui. Ich hab' gar nicht gemerkt, dass Sui überhaupt tot war. Äh... Oh, ne. Sampe. Oh, ihr blöden Fischer. Auah. Das war geil absichtlich. Hier ist ne Rohrbombe. Ja. Hier liegt ne Rohrbombe in dort. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Ich sehe nur... Alles rumballern. Mach' nix. Mach' nix. Hier irgendwo rumliegen. Die Rohrbombe. Ja, das hab' ich auch... Gehör'n. Hier ist alles frei. Hier ist kein Zombie mehr. Ja, wir haben ja jetzt auch Schwierigkeitsgrad leicht. Hier ist das... Hier ist ne Schrotflinte. Und ein Maschinengewehr. Hier gibt's Waffen! Ich bin hier oben und nicht. Egal. Puh. Puh. Nein, nur da. Die Körser. Ich hab den Boomer gerade Bumm gemacht. Was ist denn das? Ja. Was ist denn das? Ich weiß. Hier, der Boomer gerade Bumm. Ich hab den Boomer gerade Bumm. Ich werde sterben, 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 sterben. Ah, ich hab den Witz schon besiegt. Ich hab den Witz schon besiegt. Da liegt einer rum. Ich hab den Witz schon besiegt. Wie geht's dir? Hab ich vorhin ausgemacht. Ich hab die Witz direkt in die Rübe geschossen. Vorhin, gleich am Anfang. Hab ich die jetzt gar nicht aufgeschreckt. Ja, die hab ich ja schiefen. Ich will die ja auch. Ja, hab ich geschafft. So, richtig? Ja. Pff, das ist aber irgendwie... Also ich stell da auf jeden Fall die Schwierigkeitsgrad wieder höher, das ist ja langweilig. Ja, was macht? Ja, also... Hier, 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 hier. Also du, wir brauchen doch erstmal einen Generator. Ja, bevor wir aber Generator stoppen... Ja, dann geht du, dann... Ja, auf mir die geht. Ja, deswegen meine ich ja. Lass mich erstmal heilen. Pass auf, wenn ihr hin... Komm mal kurz her, Odin. Komm mal her. Ja, warte. Ich heil mich gerade. Achja, gute Idee. Moment. Ich muss mal...